Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Battlefield 4 Ich bin im Boot! Alles klar auf dem Boot! Mit dem krassen Eddy! Und ich versuche jetzt mal mit dem normalen Schritt gegen den Warthog Ja ja genau, komm so auf mich zu! Äh... Man lauft auf einem offenen Messer Ähm... Er meinte, ich müsste noch mal den Meistermechaniker noch mal rausholen Und da war's mit der Warthog! Und ich hab Aktivradar! Nice! Hey, wer bist du denn? Ohne! Da! BAM! BAM! What the, what the, what the... Was zur Hölle? Jaha, ich repariere doch schon! Mh, mh... Mh, mh... Mh, mh... Mh, mh... Mh, mh... Westlich von mir ist ein zeitliches Boot! Warum setzt du hier jetzt bitte auf? Ah, du Gott! Ah, du Gott! Das war knapp! Muss man ja mal so sagen! Mh... Einsatzziel Eko wurde gerade neutralisiert! Mh... Okay, Bewegung, los! Zack! Headshot! Äh... Okay! Wo der Biene, was denn? Alter, warum bleibt man da bitte stehen? Weil links und rechts, äh... Hügel sind und man in jeden Tag genommen wird, da bleibt man doch nicht stehen! Doch! Natürlich! Oh, ey... Wieso geht das? Irgendwann, ne? Keine Ahnung... Ich habe keinen Kontakt zu einem feindlichen Panzerjäger! Rettlich deiner Position! Hügel! 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 Ich habe zwei Minuten vor dem Abbekommunen! Rettlich! Hügel! Hügel! Alter, ey, dann schieß doch auch mal ordentlich. Kann man nicht sagen, ich zwei Minuten lang durchreparieren muss, weil du gegen ein Boot kämpfst. Ich mach mal... Heli. Mann, 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 ey. Und das wird zwar sowas von gar nichts, aber... Meinst du? Ja. Huch. Alter, lass mich doch mal hier vorbei. Das war so klar. Na gut, wenn man nicht mehr fliegen kann. Aber hey, ich hab dann die Gebäude da gewählt, das ist doch schon mal nett. Weißt du, was, hier könnte man noch ganz gut einen Sniper mal machen. Meinst du? Ja, ich will mal ein bisschen, ein bisschen. Nicht, nicht so, ne? Sniper ist zwar nicht so toll, aber... Ja, man kann's ja mal versuchen, ne? Alter, warum liegt hier so ein explosives Fass? Mitten im Nirgendwo an der bekloppten Hübsche, wo keiner drin ist. Naja. Achso, da ist ja noch... Da ist ja Sniper-Limit, ne? Was zum? Katastrophe! Oh nein, 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 nein. Was ist denn? Und tot. Drei, zwei, eins. Ja, sag ich doch. Okay, Sniper-Limit ist wohl schon ausgeschöpft. Ich werde jedes Mal getiltert. Tja. Naja. Gut, dann machen wir weiter halt. Pionier. Tja, Roadkill, mein Freund. Ich wurde von nem Klappstuhl getötet. Ein Klappstuhl! Warum? Warum nicht? Ich will nie von nem Klappstuhl getötet werden. Ja, ich auch nicht. Ist doch gay. Da schaffe ich, da schaffe ich, ihr kriegt mich nicht. Was ist denn die hier schon wieder? Du sollst da! Die Erde ist los! Hehehehehehe. Ähm. Das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein, das darf nicht wahr sein! Wieso, was? Alles gut, ich konnte gerade verfolgen, nur was aus dem Arsch leiern, weißt du? Äh, ne, eigentlich nicht. Und ich möchte es, glaube ich, auch nicht wissen. Möchtest du nicht? Ne. Ne? Passt aber was? Das ist ja schön, ich war auch nie bei A, ich geh mal nach A. Nein, warte, da hinten ist noch ein Typ, da geh ich erstmal den abholen. Oder auch nicht. Töte ihn, töte ihn, töte ihn, los, töte ihn! Wer, ich? Wer? Töte ihn! Egal, wer drauf schießt, töte ihn! Boah, Hedi, wie dumm bist du eigentlich, ich dachte, du kannst schießen! Hallo! Hallo! Also A sieht schön aus, das ist hinter so'n, so'n Wasserfall. Hinter, hinter so'n der Wasserfall? Ja. Das! Mann, ich wollte ihn erst messern. Warum hat er sich weggedreht? Musst du ihn halt so erschießen. Du hast ihn vorgeschossen? Boah, dumme! Was? Was, wie kannst du jetzt, wie kannst du das Ohr verstehen? Weiß ich nicht, das kam mir so an! Ich hab gesagt, da kann ich, da muss ich ihn jetzt so erschießen. Wie kannst du das bitte auf Ohr? Wieso? Sehr gut. Sehr gut. Hier liegt den, was für dich denn hier bitte keine Sniper? Die USA ist noch nie mal nochmal. Ja, die USA ist an Ort. Du hast ihn jetzt vorgeschossen. Alter. Na ja, mit der USA sind sowas auch schön. Platz 1. Da bist du tot. Das war nur mit 2. Bruchteile, das ist ein Sekunde Unterschied, aber... So, wo ist A? Da. Da. Da sind überhaupt nicht viele. Na. Au. Der einzige Aufklärer weit und breit tutet mich, ist klar. Der kann mal nicht so durch sein wie ich. Kann ich dir auch nicht sagen, tu mir leid. Roms! Oh, der hat mich nochmal erwischt. Das sah gut aus. Hara, die noch erwischt. Hara, Hara, Hara. Ist ja erschrecklich. Ach... Hm! Hm! Hm-hm-hm-hm-hm-hm-hm. Hm! Ach kacke! Oh ne, da klappst du! Ja, schön, ne? Ja, der ist meiner RPG so geil ausgewichen, ey. Das hätte ich liebend gerne ein Video gehabt. Aaaaaah! Was ist das da? Was ist das von Heli? Ah, keine Ahnung. Hm. Kontakt! Feindlicher MP-Schütze südlich von dir! Zack! Ich geh mal wasservoll gucken! Ich bin, ich bin grad beim wasservoll. Ja, ich bin direkt unter dir. Hey, wo kommst du denn her? Ja, du bist tot. Ja. Wieso hat'n jetzt mein, mein, mein Dings nicht gefeuert? Das war seltsam. Das war's, was er sagte. Ja. Was, der ist ein Idiot. Manchmal sind ja manche Leute ja schon Idioten. Aaaaaaah! Ja. Ach, wieso, belegt ich ihn jetzt wieder? Mann, und jetzt weiß ich, warum er eigentlich gefeuert hat. Der ist kaputt. Au. Da scheint ein feindliches Fahrzeug zu sein. Südlich seiner Position. Hä? Was, der ist ein Idiot. Was ist ein Idiot? Hä? Träfer! Nein. Die Eierkunft wurde gerade neutralisiert. Mh. Wir haben Einsatzziel 1. gehen mal gehen mal gehen mal gehen mal gehen mal gehen mal ein spaß ja ich habe nur langlaufen sie nach dem wartiger bist du weggekommen und habe mit dem stationären erwartet ich habe das haus in luft fliegen sehen das war schon nicht schlecht also damit er doch nicht gerechnet wer redet schon mit so was er nicht offensichtlich scheiße ich sehe was ich sehe was ich sehe was ich sehe was der mp selbst getötet mit den kriegt aus der entfernung keine ahnung keine ahnung ich auch nicht ja freund aber nicht so hat funktioniert wie du gedacht hast wir machen was wir machen machen was mit dem wasser weg okay bist du gestorben da kann man die wasser angeschwommen er könnte er hätte bis ausgehen können ja das habe ich gesehen hat viele links links von unserem bledding ist ich sehe den nicht ach da ach der am stein ist er er sieht man ja das ist gut hand gewesen der typ die tankklamotten naja irgendwie na damit das nicht gerechnet spaß schön vorsichtig sie sind auf jeden fall mehr als einer mindestens mehr als einer mindestens ja weil die flagge gerade nicht wieder zurück geht obwohl ich hier stehe zumindest einer hier ja hier sind zwei weil die flagge zurückgeht ich kenne gar nicht helfen selber als weiß ich wurde oder ist oder auch nicht außen 345 ok ok und ich jetzt dahin hat sich gelohnt oder auch nicht wir haben ja flugzeug ist schon mal einer drin nämlich der es hört ecolon echelon echelon irgendwas wir haben sie doch eigentlich drauf angelegt was denn klappstuhl und kumpel kam hier lang hier kann man durch so einen gang rein ist ja geil nein wo muss ich denn wo muss ich immer muss ich hin was 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 wohin ich weiß nicht wohin verstehe ich nicht ich war ein bisschen verwirrt ich habe mir nova kraft geschafft nicht wusste aber nur gestatt ich wusste nicht wo ich jetzt hin sollte am besten weil wir mitten in der karte bei der flugzeug bis da was nicht wohin ich habe sichtkontakt zu einem feindlichen geschützten bezüglich deiner aktuellen stelle geht nicht so so jetzt kommen wir vorher wo wir hingehen Nein, das Telekonsiert ist unter unserer Kontrolle. Nein, 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 weil ich ja, weil der hier steht. Hässlich von dir, feindlicher Soldat. Hier ist noch irgendwo einer. Hier hat gerade irgendwer geschrien. Scheiße! Nein. Als ich den Gegner erschossen habe, hat er geschrieben, wir haben einen Verletzten. Das heißt, es muss irgendwo einer sein. Der ist mitten im Flugzeug drin, der Spasti. Oh, jetzt kommen da auch noch super tolle Boote. Nein, super. Und ich fliege hier im Tiefflug zwischen den Inseln lang. Das kann nicht gut gehen. Alter, was macht der hier? Was macht der hier? Was macht der hier? Was macht der hier? Äh. Ich wollte gerade aufsteigen. Scheiße. Da ist ein feindlicher Hin... Ich bin mal dein Repairman. Cool. Einsatzstil, Alpha wurde neutralisiert. Ja. Vorsicht, Palme! Palme! Alles gut, alles gut. Das Ding ist noch gut. Da, da ist eine zweite. Sie ist geförtert. Jawohl. Wieder mal. Das ging aber schnell, das ging jetzt heute. Na ja, dreimal mittlerweile in ein paar Minuten. Oh. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit. Warte. Einsatzstil, Alpha ist verloren. Ah, welcher? Wichser? Boah, pfff. Zu viele. Oh Gott, wie viele Boote stehen. Ja, die campen gerade. Oh nein, wir kommen wieder in Teil des T-Händers. Die campen nicht. Die machen strategisches Warten. Weißt du doch. Ja, ich weiß nicht was. Ach, egal. Das ist gut so. Da ist ein Typ bei dir. Bei B? Oder wo? Ja, ja. Ach, da. Scheiße, 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 scheiße. Irgendwie nervt mich gerade hier mein Kabel. So, meine Fahrzeuge habe ich irgendwas Neues freigeschaltet. Ist ja egal. Ist ja gleich vorbei. Ja. Wollen wir mal eine Rakete rüber feuern? Hm. Bis zum nächsten Mal. Dann, 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 dann. Du, du. Das gibt auch Punkte hier. Ja, wie viel habe ich jetzt? Alter Schwede. Äh, 16.000. 165.672 Punkte. Leckt mich auf den Arsch. Ja, aber nur mit Booster. Ja, ja. Wieso zum Geier bin ich auf Platz 17? Weil ich auf 18 bin. Aber auch nur um 100 Punkte. Ja, ist halt nun mal so. Äh. Okay, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Grrr.